Mit unserer Reise durch Pitstop Pro sind wir fast am Ende angekommen. Wir haben in den letzten Videos festgestellt, dass alle Tools, die Pitstop Pro mitbringt, den PDF-Prüfungsalltag sehr stark beschleunigen können. In unserem letzten Kapitel widmen wir uns der Frage, wie den Pitstop Pro eigentlich datentechnisch organisiert ist. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wo denn unsere ganzen individuellen Automatisierungen und Farbfelder abgelegt sind. Alle Automatisierungen, die wir selber erstellt haben, befinden sich in sogenannten Systemdatenbanken. Dasselbe betrifft auch unsere individuellen Farbdefinitionen, die wir in dieser früher als Farbdatenbank bezeichneten Struktur angelegt haben. Und diese Organisation in diesen Systemdatenbanken ist nicht gerade praktisch, denn unser Alltag ist von unerwarteten und spontanen Ereignissen geprägt. Dazu zählen zum Beispiel Systemabstürze, Software-Updates, unerwartetes Verhalten von Software oder sonstige Dinge, die plötzlich dazu führen, dass wir gewisse Objekte, die wir selber erstellt haben, auf einmal nicht mehr finden können. Und wie es immer so ist, treten diese Ereignisse immer dann ein, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Das Worst-Case-Szenario, mit dem wir konfrontiert werden könnten, ist, dass alle unsere mühsam erstellten Automatisierungen plötzlich verschwunden sind und das mittendrin in einem Stapel zu bearbeitender PDF-Dokumente. Herzlichen Glückwunsch! Das Ziel, das wir verfolgen, ist, dass wir die Datenbanken in einer individuell gewählten und durch uns Nutzer gesteuerten Dateistruktur organisieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir das auf unserem lokalen Rechner oder in einem Netzwerk vornehmen. Die Organisation erfolgt außerhalb der Pitstop-Systemdatenbanken. Dadurch genießen wir verschiedene Vorteile. Erstens gewährleisten wir damit einen zentralen Zugriff auf alle existierenden Automatisierungen, beispielsweise durch andere Nutzer. Dies betrifft insbesondere den Weg, den wir über das Netzwerk beschreiten können. Des Weiteren ist eine zentrale Verteilung neuer oder geänderter Automatisierungen möglich. Auch das ist ein Vorteil, den der Netzwerkbetrieb mit sich bringt. Und wir haben keine Beeinflussung durch irgendwelche Systemupdates oder Pitstop-Service-Updates, die dann plötzlich dazu führen, dass unsere individuellen Arbeiten verschwinden können. Die individuelle Ordnerstruktur ist außerdem fixer Bestandteil Ihres persönlichen Daten-Backup-Konzepts. Schauen wir uns dieses Konzept einmal ein bisschen genauer an. Im Zuge unserer Arbeit haben wir eigene Farben, globale Änderungen, Aktionslisten, Preflight-Profile und schließlich Quickruns erstellt. Diese möchten wir nun umorganisieren. Dafür erstellen wir auf unserem Rechner oder eben im Netzwerk eine eigene Ordnerstruktur, die ganz strukturiert die einzelnen Objekte dann darstellen soll. Ich habe diesen Ordner jetzt auf diesem Schaubild einmal genannt, meine Pitstop-Objekte. Diesen habe ich unterteilt in Unterordner, eigene Farben, globale Änderungen, Aktionslisten, Preflight-Profile und Quickruns. Also eine sehr übersichtliche Struktur. Unser Ziel ist es also, unsere individuelle Arbeit zentral in diesen individuellen Ordner zu speichern. Dadurch lösen wir unsere Arbeit aus den Pitstop-Systemdatenbanken heraus. Für dieses Vorhaben sind insgesamt vier Schritte notwendig. Als erstes müssen wir unsere individuelle Ordnerstruktur auf unserem Rechner oder im Netzwerk anlegen. Als zweites exportieren wir unsere eigenen Objekte aus Pitstop heraus in diese Ordnerstruktur. Das betrifft insbesondere Farben und unsere gesamten Automatisierungen. Im Schritt 3 entfernen wir nun unsere vorher exportierten individuellen Objekte aus der Pitstop-Systemdatenbank. Und im Schritt 4 verknüpfen wir dann diese eigenen Objekte mit unserer eigenen Ordnerstruktur in den Pitstop-Grundeinstellungen. Das klingt alles furchtbar kompliziert, aber Sie werden sehen, es ist gar nicht so schwierig.